Ok Wir greifen äh Der Churchill einfach Kriegt keinen Schaden Ok wir greifen erst an wer da am Boden ist Egal ich bin instant tot Ja dieses Gift Dieses Gift ist... Ok ich hab mich gehalten aber irgendwie gekriegt Ich bin tot Ok Ich kann mich nicht bewegen Ich kann mich nicht bewegen Alarm bitte Ich kann mich nicht bewegen Geil Ok Jetzt machst du den Umgeher Und Hallo du bist gut ausgewählt Ok Ich mach direkt an die Abilities Ja ich bin tot An Gift wieder An Gift wieder Ja das Gift ist... Dieser Boss ist wirklich der schwerste Boss im Bücher Ja 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 Ey scheiße Ja Ich bin runtergefallen Nein Junge Oh Nicht mal nahe kommt durch herrn kommt Jetzt da Jetzt da Na ja Komm mal Geil 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 Nice Das war guter Schaden Das war gut Oh mein Gott der macht so Gift Wenden Oh mein Gott das ist ja gut Ok Aber Wenn ich zuletzt Wie wird Ja, er schießt. Ich hab mein Schild akquiriert. Ich hab keine Falle, ne? Er schießt. Ja, ja, ja. Oh Gott, da kommt wohl das Ding raus. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Mal nochmal hier weg. Oh nein, pass auf. Ich mach so Dings. Oh, scheiße. Oh mein Gott, bitte. So knapp, so knapp. Den Hamba, den Hamba. Nein, 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 ich bin runtergefahren. Das war nicht, das war. Okay, ich hab wieder Leben. Ich bin auf dem Weg. Ja, wir haben ihn. Let's go, let's go, let's go. Ja. Nachtbogen. Nachtbogen? Oh mein Gott, Nachtbogen. Oh, Hammer. Oh mein Gott. Endlich. Ja, endlich geschafft, ey. Wie lange haben wir das gemacht? Halbe Stunde. Ja, das ist... Halbe Stunde oder so. Ja, weil da noch keiner gelebt hat. Geil. Geil. Überspannend. Junge, dieses... Dieses Schild hat so geil helfen. Junge, wir hätten so viele Produktivaktive abbekommen. Alter. Ich mach Frost. Oh. Ich komm aus dem Tempel. Wir haben... Das ist mein letztes Leben. Ich hab... Ja, das stimmt. Wir tun jetzt nicht sterben. Das ist schon schlecht. Dann ist das nochmal alles neu. Aber... Aber das war... Diese Blitzer, die sind... Das kann doch auch nie aus von mir. Also... Direkt. Hier wie eine Rechte. Aber ich hab auch so viele Seelen. Ich hab den Knopf gedrückt. Ich hab den Knopf gedrückt. Ich hab den Knopf gedrückt. Warte, wir töten noch kurz alle Gegner. Wir töten da drückt. Oh, wirklich. Wir töten, ja. Ich hau ab. Ja, mach einfach. Oh, nice. I can imagine, du wärst jetzt noch gestorben. Das wär komplett. Bisschen hab ich noch schnell gemacht. Ja. Oh mein Gott. Geil. Gut. Alter. Zwei Versuche. Das ist ja der erste Boss, bei dem wir gestorben sind, ne? Mhm. Ja, weil der war auch einfach ultra krass irgendwie. Ja. Diese Angriffe konnte man nicht so gut unterscheiden, die Naka-Wangriffe. Vielleicht hat das den so schwer gemacht. Okay, mal gucken, was wir hier als Belohnung bekommen. Oh, ich hab verdorbene Samen bekommen. Okay. Ich hab verdorbene Samen. Ich auch. mature. Und in irgendler? Also, wir br 21ens. Wo Sang. ganzes Wagen. Ist das ganzes Wagen. Und wo einen zwischen die Gesicht.